Herzlich Willkommen, guten Abend, mein Name ist Elke Ostemore, ich bin Leiterin der Kunstabteilung vom IFA-Institut für Auslandsbeziehungen. Wir sind verantwortlich in der Umsetzung für den deutschen Beitrag, den deutschen Pavillon auf der Venedig-Piennale. Wir feiern nun die 56. Ausgabe dieser Biennale und der Pavillon, der ja im Auftrag des Auswärtigen Amtes ausgerichtet wird, wird in diesem Jahr von Florian Ebner als Kurator, als vom Außenminister eingeladenen Kurator mit dem kuratorischen Konzept, was er heute unter anderem vorstellen wird und den Künstlern, die ich heute ganz herzlich kommen heißen möchte, den Künstlerinnen und Künstlern. Ich fange an mit Jasmina Medwali und Philipp Risk aus Kairo. Die beiden sind heute in doppelter Funktion, da sie sind sozusagen auch Gäste auf der Berlinale im Forum Expanded. Dann möchte ich begrüßen Olaf Nikolai, sehr bekannt hier in Berlin, Hito Steil und Tobias Siloni. Florian Ebner wird heute Abend moderieren und etwas mehr erzählen zum Inhalt des deutschen Beitrags. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für die Einladung des IFAs hier nach Berlin und herzlich willkommen. Es ist sehr beeindruckend, wie viele Leute hier den Weg hergefunden haben, trotz der Berlinale hier zu diesem Einleger in die Biennale. Ja, dieser Abend wird sehr viel Imagination und Einbildungskraft von Ihnen verlangen. Das wird ein Abend sein. Ich muss langsam hier an den Rechner rangehen. Dieser Abend, Sie sehen schon, es ist ein improvisierter Abend, aber es ist ein Abend auf dem Weg nach Venedig. Es ist ein Abend des Fragments, ein Abend auch noch der Skizze, ein Abend auch der Referenzen, Zitate. Es wird auch ein Abend der Zweifel und Widersprüche und Illusionen und Bilder, die wir für Ihnen aufbauen, die wir dann hoffentlich, wie auch immer, in Venedig bestätigt sehen. Also ich bitte darum Verständnis, dass wir im Moment wirklich Einblicke geben in wirklich Work in Progress. All diese Künstler hier, die Arbeiten, die wir zeigen, sind alles Arbeiten, die für den Pavillon entstehen. Jasmin und Philipp haben diesen Film gemacht, da wird im Grunde auch für den Pavillon angepasst. Das heißt, wir sind alle auf dem Weg dorthin und das ist immer sozusagen schwierig auf dem Weg Einblick in etwas zu geben, wenn die Dinge im Grunde noch so frisch sind. Und das ist eine kleine Idee, dennoch zeigen wir Ihnen hier diese, oh, ich sehe es, aber der Beamer erkennt mich nicht. So, nochmal. Okay, jetzt nochmal gucken. Nee. Ich rede einfach weiter, genau. Wir haben hier einen ganz koproduktiven Geist in der ganzen Sache, das sehen Sie schon jetzt. Ja, also wir starten mit einem Bild, mit einem kollektiven Bild. Wir wurden heute Morgen schon gefragt, wie ist eigentlich das Kollektive in dem Pavillon? Und ich denke, dieses Kollektive ergibt sich ohnehin, wenn man gemeinsam in einem Haus sich einrichten muss und sich absprechen muss und das Haus aufteilen muss. Und Okay, wir müssen nochmal neu starten. Aber das macht nichts, weil wir genug zum Erzählen haben. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, Sie kennen den deutschen Pavillon im Grunde als ein Haus, das natürlich immer einen hohen Ausstellungswert hat und Kunst gezeigt hat, die in besonderer Weise auf diesen Pavillon reagiert. Und Sie kennen den deutschen Pavillon als den Ort, in dem Beuys seine Haltestelle, seine Drum-Haltestelle hatte. Und Sie kennen ihn als Ort, das Haus Uhr. Und Sie kennen ihn, langsam tut sich was. Und Sie kennen ihn auch nicht zuletzt als Kanzler-Bungalow. Und diesmal werden wir sehen, wie wir hiermit das digitale Bild dort einrichten, in diesem Haus. Wir haben halt auch schon die Metapher der Fabrik gebraucht. Und langsam kommen wir an den Startpunkt zurück, wo wir heute Nachmittag ausgegangen sind. Okay, geht das dann? Okay. So. Ja. Yes. Also. Diese wunderbare Collage, die Sie hinter uns sehen, der wird uns jetzt einführen in diesen Pavillon. Sie denken, jetzt kommt hier Post Dada und Hannah Höch und der Schnitt mit dem Küchenmesse, durch den deutschen Pavillon, was natürlich ein bisschen wirklich der Fall ist. Und diese wunderbare Collage ist auch schon ein kleiner Ausdruck des kollektiven Geists, auch wenn es jetzt initiiert war und die Idee von Olaf Nikolai und von Manuel Reinhardt umgesetzt. Und ich dachte, es ist vielleicht ein guter Anfang, diese Dokumente am Rande des Weges, die ich da schon beschrieben habe, im Grunde Ihnen kurz vorzustellen. Und bitte vielleicht einfach mal, dass Olaf mit seinem Element beginnt in dieser Collage. Ja, also diese Collage ist deshalb entstanden, vielleicht sage ich das nochmal, wir sind ja als Pavillon auch im Katalog der Biennale vertreten. Und die Biennale will dann immer Abbildung von uns allen haben. Und dann stellte sich heraus, als ich nachgefragt habe, wie viele Seiten wir eigentlich in dem Katalog haben, dass wir eine Seite haben. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht machen wir dann lieber was, was so ein bisschen anders aussieht, als wenn man seine Bilder irgendwie alle zeigt. Und habe dann eben Elemente mit Manuel zusammen gesucht, die für jeden stehen. Und jetzt sehen wir gar keine. Aber was Sie vielleicht zu erinnern, im Hintergrund war so ein Renaissance-Stich. Und dieser Renaissance-Stich ist von einem Architekten, der heißt Philarete. Also hat sich einen griechischen Namen gegeben. Und was Sie da gesehen haben, ist das Haus der Tugenden und der Laster. Und das ist sozusagen der Screen, vor dem sich die ganze Sache so ein bisschen entfaltet. Und jetzt müsste man natürlich ein bisschen weitergehen zu den weiteren Elementen. Und das wäre jetzt die Frage, wie wir da als nächstes besprechen. Also das Haus der Tugenden und der Laster, was wahrscheinlich eher so gedacht war, dass das ganze Haus ein Bordell ist und obendrauf, das ist die Tugend. In welcher Relation es stehen wird, wird vielleicht im Laufe des Abends noch klarer zu deinem Beitrag? Ja, also es hat einen Bezug zu meinem Beitrag, aber nicht nur zu meinem Beitrag. Aber ich hoffe, es wird nicht ganz so klar. Okay, gut, gut. Maybe you would like to continue with your element? Well, perhaps you would analyze it, but when I first saw that combination of things, it made me realize how different we all are, actually. And I think that we will see the combination of what comes out of that, hopefully put together somehow into one piece. But I enjoyed how these configurations are being dismantled in here, in that image. Whereas our image is the desk, and perhaps Philip. Okay. Okay. Yes. I mean, this image of the desk actually tells you a lot about the process of our film. Because the desk is not really in the film. It shows you, it's an example of the kind of process film that out on the street was, because the acting was improvised, and the directing was also improvised. So, at some point we had desks, and we had a variety of other elements we were introducing into the film. And then we decided to take them out again. So, it's... So, it's... It's... So, now the desk is back. The desk is back. See, and it's gone again. So, quite similar to how it was in our project. That's it. Okay, next. So, we have now the house of Lüster and Tugenden. We have the desk of a swooned factory. Das Bild verschwand auch immer wieder. Wir gehen weiter. Das Problem ist, glaube ich, wirklich der Bildschirm schon. Okay. Wir gehen weiter zu Tobias. Ja. Schnell angucken. Mein Element ist der Mann. Oben in der Ecke. Das ist Al-Nur, kann man aber nicht erkennen. Das ist ein Flüchtling aus dem Sudan, mit dem ich schon für ein anderes Projekt zusammengearbeitet habe. Für die Hamburger Kunsthalle, wo wir, glaube ich, gleich auch noch mehr von erzählen werden. Genau, soweit erstmal mein Beitrag. Also, ein Element aus meinem Video ist der Herr rechts unten. Vielleicht sollte ich dazu sagen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich ganz begeistert, wie so ein Querschnitt aus dem Ganzen ausschaut. Das war sehr ungewohnt. Vor allem habe ich mich aber auch sehr darüber amüsiert, dass das einzige Wort, das klar zu lesen sein scheint, in der linken oberen Ecke, das Wort Porn ist. Es ist sehr rätselhaft, aber ich nehme das jetzt mal einfach so zur Kenntnis. Auf jeden Fall, der Herr in der Ecke ist ein Protagonist aus meinem Video, der in doppelter Funktion vorkommt. Das ist ein Tänzer, der unter dem Namen Take Some Crime auf YouTube auftritt, eine unglaubliche Fangemeinde hat. Jedes seiner Videos wird etliche Millionen Mal angeklickt. Und er spielt in dem Video mit, einerseits als Darsteller. Er hat eine Rolle in einem Computerspiel, das von seiner Zwillingsschwester programmiert wird. Aber andererseits geht es auch um die Biografie der Protagonisten. Und ja, vielleicht erst mal so weit. Gut, also Sie sehen, es lässt noch immer noch genug Raum für das, was da kommen wird. Und ich würde jetzt nach und nach, um Ihnen sozusagen für eine Einführung in diese Arbeiten und dieses künstlerische Denken geben, ich denke, das ist heute Gegenstand des Abends, sind eigentlich die künstlerischen Haltungen hinter der Arbeit, und würde ich eigentlich gerne weiterfahren. Unsere Künstler haben im Grunde eine Arbeit oder ein Dokument mitgebracht und Hito hat in erster Linie gleich ihre Gedanken mitgebracht. Und ich wollte mit Hito eigentlich starten. In dieser Zusammenstellung, in dieser Einladung zum Deutschen Pavillon mit der Bitte, im Grunde zu überlegen, was könnte der Deutsche Pavillon 2015 sein? Und die Frage an einen Fotografie-Kurator war mir immer ganz wichtig, im Grunde zu sagen, die Fotografie heute als Teil einer zeitgenössischen Bildkultur zu denken. Und aufgrund ihrer Texte, im Grunde muss man sagen, die auch schon bei vielen Kultstatus haben, die richtige Bibliografie der Iflaxes von Hito Steierl, aber auch aufgrund ihrer Arbeiten der letzten zwei, drei Jahre, war das in den Überlegungen immer eigentlich eine zentrale Rolle, jemanden zu haben, die im Grunde kommend eigentlich aus einer Dokumentalfilm-Tradition, oder auch einem Nachdenken über das Dokumentarische, die Farbe der Wahrheit, ist dieser Essay-Band der letzten der deutschen Texte, wie eine so derartig dokumentarische Haltung auch so provokant sich äußert über das Ende der Repräsentation, über das Ende des Aufnehmens, des Recordings. Also ein toller Dokumentarfilm hieß mal Live According to Agfa, also diese Idee, dass letztlich dieses Rückkoppeln auf dieses analoge Medium, dass es verschwindet und dass du anstelle dieses Recordings, des Aufnehmens, das Processing, Projecting, Generating und so weiter setzt, wie wenn du da sozusagen diesen Weg des Nachdenkens, das ist eine große Frage, aber. Danke für die Frage, viel komplexer als jede Antwort sein kann. Also anstatt zu versuchen, an der Antwort zu scheitern, möchte ich Sie nur dazu einladen, die drei Bildtypen, die wir gerade jetzt hier schon auftauchen gesehen haben, einfach zu analysieren und mitzudurchdenken, weil ich fand das sehr interessant, was gerade passiert ist. Heute Morgen habe ich behauptet, das digitale Bild besteht aus einem permanenten Scheitern. Genau, das hier wurde performativ umgesetzt. Also das digitale Bild erscheint meistens nicht. Wenn es dann doch erscheint, dann ist es meistens blau. Ja, also es ist dann diese blaue Bema-Fläche, so ein Monochrom, das ist eigentlich das generische Bild, das allgemeinste Bild, die allgemeinste Bildform des Digitalen, dieses Blaue des Bemers, das auf das Scheitern verweist und eine Form der Abstraktion darstellt, das digitale Bild in seiner Abstraktionsform. Und dann wurde immer hin und her geschaltet und das fand ich auch ganz fantastisch zwischen dieser Collage und dem Desktop. Und den Desktop fand ich auch absolut fantastisch, weil das ist die dokumentarische Ebene, auf der gearbeitet wird, die Herstellungsebene dieses ganzen Prozesses. Man versucht, dieses Bild zu zeigen. Erst scheitert man, dann kommt ein abstraktes, digitales Bild. Dann sozusagen aus Versehen, aber auch aus Notwendigkeit, kommt man auf den Desktop, weil da sozusagen die Arbeit, die Produktion stattfindet. Und wenn man Glück hat, sieht man auch das Ergebnis. Aber das kommt nicht immer vor. Ich will Ihnen jetzt nur ganz kurz eine wirklich interessante Anekdote von Desktops erzählen, wo ich auf die Idee gekommen bin, dass Desktops eigentlich eine der zeitgenössischen Formen des digitalen Bildes darstellen, des digitalen dokumentarischen Bildes darstellen. Ich war gerade wieder in Kurdistan und an dem Ort, wo die Befreiung von Kobane gefeiert wurde. Sie wissen, der islamische Staat hat Kobane überfallen und kurdische Verteidiger haben sich darin gewehrt. Dieser ganze Kampf dauerte mehrere Monate lang und bei den Befreiungsfeiern war ein Bima aufgestellt und zeigte ein Bild. Und auf dem Bild war ein vermummter Kämpfer zu sehen. Man kann davon ausgehen, dass es sich um einen Verteidiger gehandelt hat. Aber gleichzeitig war dieses Bild auch ein Desktop und man sah alle Icons von allen Programmen drauf, die auf diesem Computer liefen. Und das waren Verschlüsselungsprogramme und Übertragungsprogramme und Bildbearbeitungsprogramme und Photoshop und so weiter und so weiter. Und ich dachte, dass dieses Bild ist das dokumentarische Bild dieses Kampfes. Nicht dieser Kämpfer allein, sondern diese gesamte Infrastruktur der Übertragung und Vermittlung, die auf dieser Arbeitsebene sichtbar war. Deswegen bin ich jetzt ganz fasziniert von Desktops und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der heute Abend wie ein Stand-in, ein Stellvertreter eines dokumentarischen Bildes, das in den letzten Dekaden immer mehr zurecht auf und aufgrund der digitalen Produktionsweisen angezweifelt wurde, als Stellvertreter eines dokumentarischen Bildes einsteht. Das war wirklich die perfekteste Erklärung einer Einstiegspanne, die vielen Dank, die ich je gehört habe. Aber nichtsdestotrotz ist die Geschichte, dieses Bild von dem Desktop aus Kumbane interessant. Vielleicht nochmal diese Brücke zurückzuschlagen, aber das ist auch kaum möglich. Aber in so Filmen wie Oktober, die entstanden sind vor 2004, November, Oktober ist natürlich die große Referenz, die historische, war im Grunde auch schon, wie in vielen deiner Arbeiten, ein Moment irgendwo auch des Verbindens von biografischem Wissen, von etwas Erlebten und das Nachdenken über soziale Verwerfungen, politische Verwerfungen und so weiter. Das ist ein Motiv, das sich durch deine Arbeit zieht. Ist das sozusagen in diesen letzten Arbeiten, die entstanden sind, außer dass du sozusagen auch auftauchst als Akteurin, ist das etwas, was immer noch ein prägendes Element deiner Arbeit ist? Ja, ich glaube, die Arbeiten sind immer ganz ähnlich. Das Einzige, was sich so rasant verändert, ist das gesamte Produktionsumfeld, also das gesamte, alle Werkzeuge, alle Mittel, mit denen ich arbeite, verändern sich in rasantem Tempo und kommt eigentlich nicht hinterher. Deswegen sagen Leute auch, die Arbeiten schauen aus wie von völlig verschiedenen Personen, das stimmt auch zu gewissen Teilen, aber es liegt eigentlich an den Produktionsmitteln, die sich so stark verändert haben. Vielleicht noch eine letzte Frage einfach, weil das glaube ich auch etwas ist, was dieses gegenseitige Durchdringen zwischen der diskursiven Arbeit am Text, diese auch Liebe zum Text, das merkt man auch, wenn man diese Texte liest, in welcher sozusagen auch Energie und Dynamik sie wahrscheinlich in einem runtergeschrieben sind und welche Form im Grunde sozusagen findest du da Parallelen eigentlich in dieser Arbeit am Text und dieser Arbeit am Bild oder das? Ich meine natürlich, dass es sich inhaltlich befruchtet, dass es das Nachdenken, dass es die Recherche ist im Internet und so, das ist ja natürlich die Arbeit der letzten Jahre, aber gibt es da so Momente, wo du diese Analogen, wo du sozusagen so Analoge, es gibt in deinen Filmen oftmals, ich weiß nicht, das würde man jetzt so in der Sprache des Theaters als so eine Art V-Effekt bezeichnen und diesen narrativen Fluss des Dokumentarischen durchbricht und in Frage stellt und so, gibt es das auch in den Texten oder ist das so eine völlig andere Ebene? Also der Text ist deswegen wichtig, weil beim Textschreiben stürzt der Computer weniger ab. Mit diesem Bildbearbeitungsprogramm momentan stürzt er mir gerade alle drei Minuten ab. Ja genau, das ist einfach, man denkt ja immer, es gibt ein Bewegtbild und da findet die Bewegung statt, aber tatsächlich findet da überhaupt keine Bewegung statt, sondern es geht irgendwie von Absturz zu Absturz. Das Einzige, was sich bewegt, ist der Cursor beim Texteschreiben und das ist eigentlich das, auf der Ebene des Desktops ist das das wirkliche Bewegtbild. Wir saßen schon mal zusammen, da war auch Tom Hohlert dabei und da war diese Diskussion von diesem sozusagen, von diesem irgendwo, Abschied ist eben schon das falsche Wort, aber im Grunde diese Distanz, die man vielleicht schon zu diesen klassischen Formen der Aufzeichnung hat. Und ich kann mich erinnern, dass du auch gesagt hast, dass da auch keinerlei Nostalgie mehr sozusagen gegenüber dieser Form, dieses Verlust des reinen Recordings gibt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal auf so einem Zettel, ich glaube, ich habe es abgeschrieben, von mir irgendwie wieder gefunden, da stand drauf, das reine Registrieren ist schon resignieren. Das muss ich abgeschrieben haben, aber es klingt so ein bisschen sozusagen wie bei dir, dass diese Idee, dieses Abschieds vom reinen Recordings hin zu jetzt diesen generierenden oder auch anderen Formen mit dem Bild umzugehen, mit dem projizierenden, Neuschaffenden, und dann gibt es diesen Moment dann nicht doch auch dieses Nostalgischen oder ist das passé? Also vielleicht muss ich da ein bisschen nochmal ausholen, um den Kontext der Frage zu erläutern, worauf Florian hinaus will, ist, dass ich behauptet habe, dass Aufzeichnungsgeräte sich in Projektionsgeräte mehr oder weniger verwandelt haben in letzter Zeit, weil sie eine Zukunft projizieren oder eine Realität, so wie sie sein soll und nicht so wie sie ist. Das ist der Hintergrund, aber vielleicht noch eine kleine Geschichte, die das ein bisschen in den Kontext stellt. Mir ist diese ganze Fragestellung angefangen, hat angefangen, wichtig zu werden, im Kontext der computergenerierten Bilder, also CGI, vor allem auch im Kontext von Computerspielen und so weiter, weil da geht es ja wirklich nicht mehr darum, etwas abzubilden, sondern darum, etwas wirklich aus dem Nichts neu zu schaffen, was möglicherweise auch fotorealistisch ist. Einer der wirklichen Knackpunkte in dieser Beschäftigung kam, als ich einen der wunderbaren letzten Filme von Harun Farocki gesehen habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, das war aus seiner Serie Parallele 1 bis 4, die sich hier um computergenerierte Bilder in Computerspielen dreht. Und da hat er sich auf Figuren konzentriert in diesem Teil, die sowas, die sind Bots, die sind, man nennt das nicht spielbare Charaktere, das heißt, es sind die Leute im Hintergrund, die immer so rumrennen, man kann die anrempeln, dann haben sie zwei, drei Reaktionen, nicht mehr, man erschießt sie, dann fallen sie hin und lösen sich auf und so weiter. Und er hat so eine wunderbare Figur da gefunden, und zwar in einem Spiel gibt es eine koreanische Oma, und diese koreanische Oma, die muss immer hilflos zuschauen, wie ihr Geschäft ausgeraubt wird, und sie hat nur zwei Reaktionsweisen, sie rennt raus, aber gleich darauf rennt sie wieder rein. Und das ist sozusagen genau das Handlungsrepertoire, das ihr offen steht. Sie ist sozusagen gefangen in diesem Double-Bind von dysfunktionalen Reaktionen, und als ich diese Oma gesehen habe, dachte ich mir, die kenne ich. Ich glaube, das bin ich, ehrlich gesagt. Jeden Tag bin ich in einem Double-Bind von dysfunktionalen Reaktionen gefangen, und vielleicht habe ich zweieinhalb, aber sehr viel mehr werden es auch nicht. Und es kam mir wirklich, es war leider erschütternde Erkenntnis, dass ich dieser Bot bin, das ist eine Realität, das ist ein dokumentarisches Bild, das aus der derzeitigen Konstellation der Technik gerade entsteht. Und das ist ein Bild, das sowohl Realität abbildet, aber natürlich auch eine Realität generiert. So werden wir auch, so werden wir gemacht. Dadurch, dass wir in diesen Welten zunehmend leben, pendelt sich das auch ein als so eine Art von möglicher Standardsubjektivität. Dankeschön. Ich denke, an der Stelle jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Fotografen hier, der noch aufzeichnet, aber auch filmt, also aufzeichnet, mit einigen Dokumenten, die du mitgebracht hast und vielleicht einfach den Kontext inhaltlich in eine Welt führt, die auch eine Welt des Pavillons sein wird. Vielleicht möchtest du etwas gleich dazu sagen. Ja, also es gibt zwei Arbeiten, die mich zu dem, was ich jetzt mache, wo ich noch nicht so viel zu sagen möchte, die mich sozusagen dahin geführt haben. Das eine ist eine Arbeit aus Rom über Flüchtlinge aus Bangladesch, junge Männer, die davon leben, dass sie so elektronische Gadgets an Touristen verkaufen. Laserpointer und Blinkbrillen. Blinkbrillen und ich habe einen kleinen Film gemacht und ein paar Fotos und der Film ist auch noch, glaube ich, bis morgen zu sehen bei KOW in der Galerie. Und ich habe sozusagen mit diesen Jungs zusammen so kleine Inszenierungen gemacht, aber mit diesen technischen Geräten, die die eigentlich an diese Touristen verkaufen, mit denen, die die aber auch sehr gut kennen, weil sie die auch immer wieder vorführen. Also dieser Laserpointer, den man verstellen kann. Und die zweite Arbeit, die vielleicht ein bisschen richtungsweisender dann noch war für mich, habe ich für die Hamburger Kunsthalle gemacht. Ich war eingeladen, ein Projekt in Hamburg zu machen und habe mich eigentlich zuerst für Seeleute interessiert, Seemänner meistens, und habe dazu im Seemannsheim gewohnt und habe dann so Geschichten, habe Interviews gemacht und da sind eigentlich zwei Sachen passiert. Zum einen habe ich einen Seemann, einen ehemaligen Seemann aus Ghana kennengelernt, der jetzt davon lebt, dass er gebrauchte Flachbildschirme und andere technische Geräte nach Afrika verkauft, also Container volllädt. Und über den bin ich auch zu dem Gedanken gekommen, es gibt ja in Hamburg ja diese Lampedusa in Hamburg, also Flüchtlinge, die sozusagen politisch sehr aktiv sind, die sich zusammengeschlossen haben, dass die eigentlich die sind, die sozusagen die Seemannsgeschichte oder das Seeabenteuer der Stunde erzählen, auch wenn es oft sehr dramatisch und sehr traurig ist. Und dass die Stadt Hamburg sich zum einen schmückt mit ihrem Hafen und ihrer Geschichte als Handelsstadt und so weiter und gleichzeitig sehr rigide vorgeht gegen diese Menschen. Und für die Ausstellung Hamburg habe ich dann hauptsächlich Stills und Animationen auf diesen gebrauchten Flachbildschirmen präsentiert. Also ich habe dann welche gekauft und darauf laufen eigentlich meine Bilder. Der einzige, der nicht sozusagen, der, nee, das war eigentlich das richtige Bild eigentlich, genau. Und dazu kommt halt die Geschichte von Al-Nur, der aus dem Sudan, der die Geschichte der Überfahrt erzählt, die sehr abenteuerlich ist, genau. Und ausgehend davon habe ich überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt diese Monitore mit den Bildern oder den Videos, die da drauf sind, tatsächlich nach Ghana oder in andere Länder reisen würden, was nicht ganz praktikabel war. Aber das war so ein bisschen die Überlegung, was passieren würde, wenn diese Bilder zurückreisen. Und anderer Faktor war noch, dass die Flüchtlinge selber zu mir gesagt haben, ihr fragt immer nach Lampedusa, nach der Überfahrt und so weiter. Viel wichtiger ist für uns eigentlich, was hier in Deutschland passiert, was für eine sozusagen politische Bewegung wir hier begründet haben, was unsere Forderungen sind oder auch, was eigentlich in den Ländern, wo wir herkommen, passiert. Weil das natürlich elementar dafür ist, dass wir irgendwann da weggegangen sind. Also das sind sozusagen die Ausgangspunkte meiner Überlegungen. Jetzt ist deine Arbeit auch für viele jüngere Fotografinnen und Fotografen immer eine interessante Referenz, weil sie irgendwo dieses klassische Schubladendenken, auch das Dokumentarischen verlassen haben. Also immer diese Frage, ist das jetzt authentisch beobachtet oder ist das jetzt staged oder inszeniert? Oder ist das, also dass es sich geöffnet hat, auch diesen Raum der Selbstinszenierung des Modells, dass man mit mündigen Modellen zu tun hat, die in der mediatisierten Welt leben und die sich dementsprechend auch selbst in Szene setzen. Das sind alles so Elemente, die in diesem, in between dieser Bilder von Bedeutung sind. Eines deiner Bücher, die im Grunde die meisten Arbeiten zusammenfassen, trägt den schönen Titel Story, No Story. Vielleicht kommst du nochmal ganz kurz auch in deiner Haltung zu dem, was eigentlich der Journalismus mal war und danach würde ich da in der Hinsicht gleich noch eine Frage stellen, aber vielleicht auch ausgehend zu diesem Story, No Story, vielleicht um zu verstehen, was vielleicht jetzt auch diese Arbeit dann ausmachen wird. Ja, also ich habe das auch schon öfter erzählt, aber ich habe dokumentarische Fotografie studiert und eigentlich mit der Erwartung, vielleicht auch meiner Lehrer, dass wir dann mal als Bildjournalisten oder Editorial Photographers, ich habe ja in Großbritannien studiert, arbeiten werden. Und irgendwie ist es bei mir nie so weit gekommen. Also ich habe, glaube ich, keine einzige Arbeit in dem Sinne produziert oder verkauft. Also ich habe mich sehr früh entschieden, nicht in diesen journalistischen Bereich zu gehen. Und sozusagen unser Standardhandwerk, was wir gelernt haben, war das, Picture Stories zu machen, also Geschichten mit Bildern zu erzählen. Und ich glaube, dass es eine Sache ist, die mich immer noch interessiert, aber gleichzeitig habe ich dem extrem misstraut, dass das so einfach mit sozusagen Kontext der Magazine und Zeitungen möglich ist. Genau, und mit der neuen Arbeit werde ich sozusagen eigentlich wieder ein bisschen versuchen, darauf zu reagieren, auf diese klassischen bildjournalistischen Formate. Oder? Also in dem der Journalismus vielleicht als Modell dient, aber vielleicht auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet wird. Das wird zu sehen sein. Ja, vielleicht von dem Fotografen, Künstler, Tobias Silone, jetzt der Sprung zu euch. Let's, ja. Vielen Dank. You're just coming back from the screening at Arsennale, from the new project, from your film Out in the Streets. The idea was, and your idea was, to bring a document, a sequence of a film, to us to explain a bit what you are interested in this project. Maybe, let me, maybe also introduce you also to your work to the public. In a certain way, you have already participated at the last, not the last, but the Berlin Biennale before, because you have presented Moserine, the video collective at Kunstwerke at the time. So, but when you compare your new work to what you have presented there, maybe you can a bit describe only in some words what's the main difference between this, the film work you have shown there and the new work you're working on right now or what you're doing for Venice and what you have showed here at Arsennale. I think that, I mean, I'm glad that you brought up the Kunstwerke exhibition because I remember that there was one room with a lot of images coming from all over the world, video activists showing different, coming from different urgencies. And there was an issue with, there, with representation. there was an issue of how these images do not really work in that space and how there's something that disappears in the midst of, you know, attempting to create a collective format for representation of what is the political. And it didn't really work out well. I think what worked much better was a conversation that we had later about the problem with representation. And I think what we did as a collective called Musserin in 2011, after the 18 days, we had a huge archive of footage recorded by citizens and citizen journalists, also by filmmakers. and there was an urgency to do something with that archive. There was an urgency to share it with people, to document more, and to counter the state narrative, what was presented at the time in the news, and in news outlets controlled by the state. That's changed. There's more censorship over this kind of footage and material at the moment. And we had to shut down the collective, the space. We cannot continue with this kind of work. But the work, of course, continues. So the problem with representation is also, I mean, there's many layers to that issue. And I think coming with this project out on the streets to the Berlinale and seeing it here outside of Egypt and gave us an opportunity also to reflect on these questions. Maybe let's see what you have brought with you to us. I imagine that we could actually keep it in the background. It's subtitled. We can turn it on and we can continue with the conversation. Would that work? Okay, maybe we'd have a look. Yes. Okay. Maybe it's easier to comment it from your side. I mean, we thought about, we were asked to share something that inspired us in the process of the making of our film. And Peter Watkins is one of the filmmakers that inspired us to think in a different way about filmmaking. We like his politics. We like how he works with funding and how he makes things outside of the system, of how films and works are being made within the film market. This is a film that he did in 2000. It's a docu, no, he has a different word, docudrama, docudrama. So it's a fiction film made by around 300 mostly non-actors. And it's a film. It's about the Paris Commune of 1971. And the way he was looking for people to participate or partake in that project was by advertising in local papers, distributing flyers, talking to local activists. and he found his 300 protagonists to engage in the script that he had written. What was interesting for us about the process of the making of that film is that Peter Watkins came with a ready script and throughout the making of the project, the protagonists took over the idea and decided to change the script and to play it their own way, using their own lines and dialogues, raising their own issues. And the film, instead of being two hours long, ended up being six hours long, which made it difficult for him to sell for television. And he ended up screening it at night, on time, on Arte. So, I mean, this is one of our films that inspired our work. This idea of the docu-drama or this kind of reenactment, was at the beginning of this project, it was your first project, you have now done, maybe you speak a bit as it's already public, the film, it would be maybe nice to have some more details about your initiative to invite workers from the neighborhood to a rooftop in Cairo after sunset and to work with them. I mean, we worked on a lot of direct kind of documentary projects engaging worker struggles in the past, especially between 2011 and 2013. And I think the shift in this project to filming on the street and inside factories and inside workspaces to filming on a stage, basically. I mean, it is a rooftop where everything is performed and the events themselves are imagined and only come alive through the performance itself. The very harsh difference between these two forms of film is that you engage the imagination in a completely different manner. And considering that in Egypt we have returned to the status quo that we had prior to the uprising in 2011, I think it is an important moment to actually imagine what is possible because right now nothing seems possible. And, I mean, Peter Watkins does something quite different here in this film in that he engages the past. He manifests the Paris Commune of 1871 by bringing people from similar classes together to relive the moment. And there is something very particular that happens when you are working especially with non-professional actors because, like Yasmina pointed out, we worked without a script. There are no lines to be memorised. And the first day I remember we started the improvising process the actors slash workers told us how excited they were because they actually felt like they were experiencing what they were acting. and we would day by day we wouldn't tell them in advance what was going to happen, where we were taking the story. And it was a constant back and forth between our giving direction of where we thought the film would go but then they would improvise and also take it to a different level and in a different direction. And it, I mean, I invite you to watch the film. We had our second screening today but when it will be shown in the German pavilion it allows for engaging in a reality that isn't. And I think that's what's made possible in this kind of performative element. And the last question is maybe also I will ask you the same question. To the shifting from the street, from other films also shot in a factory like Keramica, Cleopatra, others to this theatrical play. Is this something that was completely, what is, it was completely new for you in a way? I mean, Yasmina grew up around theatre her whole life. Yasmina's father was a theatre director. But we had, neither of us had actually engaged in this kind of theatrical performance before, so, or directed theatrical work before. So, we did a lot of, I mean, we worked with a theatre director in an early phase and then we took over the work ourselves. And, I think it actually added something to the film that we can't repeat because we were, in a sense, improvising and learning in a very similar way that the actors were also learning as we were going along. And there was something about the process of the making of the film that you won't be able to see in the final film, in the product. And that is, you know, a series of uncertainties and different ways of experimenting with one another and also a lot of questions that were coming from the participants themselves who were curious about us and what is it that we actually want to be doing with this and where is it going and also how are we funding this. There was a lot of positive but also negative energy that was coming out which is completely natural. and I think, I mean, the first screening that we had was made for them when we finished our last edit and it was very stressful and very fulfilling to see how they responded to it and how one of the main protagonists said something about it being as, that they are equally participating in it as we are, or we are equally participating in the project as them and that they only see it now because of the edit, the cut and the decisions that we made. Whereas during the process, again, we didn't have a script and we had a lot of loose ideas that were then transformed into something more physical and something more material and then filmed. and this is finally the common point, this shifting from this very social use of an image at the website of Mocerine to a cinema or to the German pavilion. Is this a problem for you? Is this a challenge to have this other kind of public, you know, this shifting from a website to the art space? I mean, there's always the risk that something gets kidnapped or taken away from its context, especially with this project that deals with language and it's very actually important to us for it to be understood for what it is literally, linguistically. The language that is used in the film is not, is very difficult to translate. We've worked with a number of translators on that project and there are things that non-Arabic speakers won't understand. So there is something to the politics of language that we cannot transport the way we can transport other elements to the pavilion. But we are hoping for for discussions, for other means of presentation that can deal with that issue. And I think that the coming two months are for that. Vielleicht noch einmal eine Frage auch in dieser ähnlichen Richtung, dieses shifting der Fotografie, das ist natürlich jetzt schon seit 20 Jahren her, aber auch einer Fotografie, wie du sie machst, von der früheren Printed Page. Hin in die Galerie, ins Museum, ins Künstlerbuch, hat ja immer auch sozusagen begleitet worden von so einem Verlust an sozialer Relevanz oder auch an Sichtbarkeit des Bildes. Man hat ja auch immer den Journalisten vorgeworfen, sie haben keine Freiheit mehr über ihre Bilder und so weiter und die Galerie ist der Raum der Freiheit. Vielleicht ist es dennoch im Moment dieses Kokettieren, wir halten uns ja noch ein bisschen bedeckt, aber es hat ja damit auch zu tun, mit dieser Frage, wie kann man das wieder zurückerobern, diesen sozialen Raum und raus sozusagen zu gehen und sichtbar zu machen, das Bild und es doch wieder auch in so eine berichtende Funktion zu setzen. Das ist natürlich eine große Frage, aber ich glaube, dass es sicherlich eine Befreiung war, auch für die Fotografie, sich von den klassischen Kontexten zu lösen, von den Einschränkungen und Ideologien, die mit vielen journalistischen Formaten verbunden sind oder verbunden waren, aber natürlich oft auf Kosten einer gewissen Sichtbarkeit oder einfach der Frage, wer sieht die Bilder im Museum, in der Ausstellung und so weiter. Und dass vielleicht jetzt auch der Moment auch irgendwie dringender geworden ist, zu sagen, es passieren Dinge in der Welt oder wir müssen über die Welt sprechen, wie sie ist und auch darüber nachzudenken, wer dann mit diesen Arbeiten, die entstehen, konfrontiert sind. Also vielleicht ist es jetzt nicht nur eine Frage für meine Entwicklung als Fotograf, sondern die auch tatsächlich korrespondiert mit dem, was in der Welt los ist und natürlich auch mit dem neuen Ort für Bilder im Internet. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wie bekommen wir das alles in diesen Pavillon hinein, in diese verschiedenen Themen und so weiter. Ich denke, das könnte schon ganz gut funktionieren. Wir kommen jetzt aber zu einem denkbar großen Kontrast. Darum schicke ich das schon voraus und würde jetzt im Grunde an der Stelle zu Olaf Nikolai wechseln wollen, vorausgesetzt ich bekomme das hin. Vielleicht nochmal einen kurzen Moment schwarz und dann vielleicht ein Blick in die Sterne. Als wir angefangen haben zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen in diese Genese der ganzen Planung hinein zu blicken lassen, war es immer klar, dass dieses Gebäude eine derartige Geschichte und Historie hat und ein derartig großer Raum ist, in dem vielleicht im Grunde der kleine Fotokurator vielleicht für diesen großen Raum erst einmal überlegt, was macht man da. Und dann begannen wir und da fand ich die Arbeiten von Olaf Nikolai in der Art und Weise, Räume zu lesen, immer spannend. Auch etwa zum Beispiel die Art und Weise, wie auf einmal das Treppenhaus in der Münchner Pinakothek der Modernen eine Bühne verwandelt worden ist und dann ging es in diesem Gespräch irgendwann mal weg auch von der Architektur hin zur Inszenierung und die kann eben auch durchaus mit lebendigen Bildern und mit Medien oder wie auch immer stattfinden. Ich versuche jetzt gerade die Überleitung zu diesem Sternenhimmel zu finden und vielleicht hilfst du mir jetzt gleich bei dieser Überleitung zu diesem Sternenhimmel und du hast dann im Grunde ein Projekt entwickelt, was ein Motiv aufgreift, was vielleicht durch viele Arbeiten geht und was vielleicht ein zentrales Motiv des Pavillons sein wird und was vielleicht auch eine gewisse Exponiertheit hat und durchaus den Blick auf den Sternenhimmel erlaubt. Das heißt nicht, ob du an der Stelle einsteigen möchtest, aber... Ja, ich versuche es mal. Also als wir uns getroffen haben, habe ich mit Florian sehr schnell eigentlich über die sehr konkrete Architektur des Pavillons gesprochen und habe sehr früh gesagt, dass mich eigentlich am meisten daran das Dach des Hauses interessiert. Das ist nicht eigentlich nur als ein konkreter Ort, der eh faszinierend ist, sondern natürlich auch in der Bedeutung, die so ein Dach für so ein Haus hat, als einerseits eine Begrenzung, einen Schutz, andererseits als eine Plattform, die den Blick natürlich in eine ganz andere Richtung, nämlich nach oben ermöglicht. Das hat ein bisschen mit dem Projekt zu tun, auch dass dieses Bild hier anspielt. Ich habe also bei der Biennale 2005 die Biennale gebeten, als Arbeit einen Sternenschnuppenregen zu bewerben, also praktisch Poster zu plakatieren, die Instruktionen angeben, wenn man denen folgt, sieht man eine Sternenschnuppe. Das ist natürlich auch der Versuch, dieses relativ romantische Bild und auch diese scheinbar sehr analoge und zurückliegende Geschichte zu verbinden mit Dingen, die für mich eher im zeitgenössischen und auch im Digitalen verortet sind. Zuallererst natürlich das Spiel mit einer Ökonomie der Aufmerksamkeit, aber das führt jetzt auch ein bisschen zu diesem Bild, nämlich die Frage, was eigentlich an einem Bild, was passiert eigentlich, wenn man ein Bild sieht? Also was nimmt man eigentlich wahr? Hito hat darauf hingewiesen, dass das Dokument ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man über Bilder redet. Und als ich damals mit Florian gesprochen habe, habe ich gerade die Gespräche von Fritz Sternberg mit Berthold Precht gelesen. Und Fritz Sternberg ist ein Soziologe, der sich in den 20er und 30er Jahren sehr stark damit beschäftigt hat, auch als Kritiker der neuen Sachlichkeit, inwiefern Fotografie und Dokument verschleiernden Charakter hat. Also sprich, er hat Precht auf die Idee gebracht, die dann diesen Satz kulminierte, was kann eine Fotografie der IG Farben überhaupt über die IG Farben aussagen? Weil Sternberg der festen Überzeugung war, dass Dokumente verschleiern, dass sie überhaupt nicht zur Erkenntnis beitragen können. Und Precht hat natürlich das dann gewendet und hat gesagt, dieser Raum, der vom Dokument zum Bild führt, das ist eigentlich der, in dem dann der Spielraum ist, also die Imagination. Dort hat er dann den V-Effekt verortet, also die Verunsicherung, das Nachdenken, das Wissen. Und so wie Hito dieses Scheitern des Dokumentarischen, wenn der Desktop so zusammenbricht, wenn das dann so leer wird, da zeigt sich eigentlich sozusagen wirklich, was los ist. Nicht auf dem Desktop, sondern der Zusammenbruch ist das, was sich zeigt. Denn der Desktop ist ja nur ein softwaregeneriertes Bild. Und so ähnlich könnte man das auch mal zurückblenden, denn die Sterne, die da hinten sind, das sind die ersten Bilder, die Menschen überhaupt sehen, bevor sie überhaupt ein Bild machen. Also Sie wissen auch nicht, wie das ist, wenn Sie solche Dinge sehen. Sie können sie nicht anfassen, Sie können nicht dahinter gehen, Sie können sie nicht materiell begreifen. Sie können nur anfangen zu imaginieren, was das sein könnte. Und es ist auch kein Zufall, dass so dieser Vater der Bildwissenschaft, Abby Warburg, eben mit den Sternbildkonfigurationen in Ferrara begonnen hat, sich überhaupt darüber zu verständigen, wie Bilder auf Bilder verweisen und permanent in solchen Verweis- und Referenzsystemen sich bewegen. Und ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, was das noch ein bisschen so zeigt. Das ist auch der Sternenhimmel. Das ist kein Pisspainting von Andy Warhol. Das ist eine Arbeit von Strindberg, eine Gelestografie. Und Strindberg war 1892 der Meinung, dass er jetzt diese modernen Mittel der Fotografie mal nutzen müsste, um rauszufinden, was wir eigentlich wirklich sehen. Und hat dann Fotoplatten draußen über Nacht hingelegt. Das waren dann die Resultate, was da rausgekommen ist. Und das hat er dann nach Paris geschickt zur astronomischen Gesellschaft, um klarzumachen, dass das, was wir sehen, ja nicht der Sternenhimmel sein kann, denn offensichtlich bildet er sich anders ab. Also ist das eigentlich der Sternenhimmel. Das wäre jetzt so eine Anekdote, die man nur belächeln könnte, aber der hat da was ganz Interessantes eigentlich angedeutet, weil er zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass wir das nur deshalb so sehen, den Sternenhimmel, wie er ist, weil unser Auge so konstruiert ist, wie es konstruiert ist. Das sagt uns eben gar nichts darüber, wie es wirklich ist. Also was er gemacht hat, er hat gesagt, wir sind Medien und wir sind Apparate und diese Schnittstelle des Apparates, also dem wir selber erst mal vorstellen, das war auch so ein Ausgangspunkt, warum ich auf das Dach insistiert habe, weil ich eben auch dort Akteure auf dem Dach verorten wollte, die dann dort verschiedene Dinge tun. Vielleicht mal so weit. Ich fange jetzt einfach an zu kommentieren und zu versuchen, so einen gemeinsamen Nenner zu suchen, nach dem jetzt hier verschiedene Positionen nebeneinander stehen. Ich glaube, das ist auch wirklich mein Punkt, weil ich glaube, dass dieser Begriff der Konstellation unglaublich hilfreich ist, um von einem Nebeneinander wegzukommen. Benjamin hat diesen Begriff hier entwickelt, um einen Begriff zu beschreiben, der nur durch die Dinge konstituiert wird, durch die Begriffe, die an ihn angrenzen, niemals durch sich selber. Aber ich glaube, es gibt noch einen viel wichtigeren Punkt. Benjamin hat auch genau mit dieser Metapher der Sternbilder gearbeitet und da ist ja das Interessante, dass diese Sternbilder ja nicht auf einer Ebene sind. Wenn man die Sterne sozusagen nebeneinander anschaut, ergibt sich ja kein Bild, sondern nur aus einer Drauf- oder Druntersicht ergibt sich ein Bild, in dem die Dinge, die disparat sind und die nicht auf einer Ebene sind, plötzlich miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Bild, um auch die Funktionsweise des gesamten Pavillons zu beschreiben, weil sich vielleicht erst von oben oder von unten die Gemeinsamkeiten zwischen den Arbeiten ergeben, aber nicht, wenn man sie nebeneinander stellt. Das war ganz interessant in der Entwicklung oder in der Diskussion all der Arbeiten, dass eigentlich schon früh klar war, dass eigentlich alle nicht in diesem Pavillon unbedingt sein wollen, sondern entweder nach oben versuchen zu entkommen oder nach unten, keinesfalls jedoch in der Mitte sich befinden, dieses Gesamtraumes, sodass ich mir denke, dass sich etwas widerspiegelt, was auch eine ganz allgemeine Tendenz ist in einem Wechsel von Perspektiven. Ich glaube, dieser Pavillon kann tatsächlich am besten von unten oder von oben gesehen werden in dieser Überblendung verschiedener Arbeiten, was auch meiner Meinung nach darauf hinweist, dass diese Blicke vor allem von oben in der gesamten visuellen Kultur immer wichtiger werden Satellitenbilder, Drohnenbilder, jede Art von Aufsichten haben unglaublich an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren, natürlich auch im Zusammenhang der gesamten digitalen Kultur und so weiter, sodass sozusagen die Aufsicht oder die Perspektive von oben jetzt schon fast die klassische Zentralperspektive oder sowas ersetzt hat. Ich glaube, als ein Motiv ist das etwas, was wir im Pavillon wirklich sehen werden, Blicken von unten oder Blicken von oben. Es ist kein Zufall, dass in allen vier Arbeiten das Dach eine zentrale Rolle spielt. Also das kann nicht, glaube ich, das ist einfach so. Und deswegen auch Auf- oder Untersichten eine viel größere Rolle spielen als dieses Nebeneinander von einzelnen Perspektiven. Deswegen denke ich, dass dieser Begriff der Konstellation oder auch des Sternbildes ganz wichtig ist, um die Funktionsweise zu verstehen. Mir ist auch noch etwas eingefallen. Ich habe ja ein Video gemacht aus Ramallah und das heißt Al-Aqrab, das heißt der Skorpion auf Arabisch und als ich über den Titel nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass Al-Aqrab auch der Name eines Sternensystems ist. Und dass sehr, sehr viele Sternbilder arabische Namen haben, also vor allem die, die man mit bloßem Auge erkennen kann. Und das habt ihr ja auch schon angedeutet, das Interessante an Sternen ist ja, das Sternbild, weiß ich nicht, großer Hund und so weiter, die Sterne haben ja nichts miteinander zu tun, das sind wir Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, das ist jetzt das Sternbild. Und ich finde das eigentlich auch einen ganz passenden Gedanken, weil ich als Fotograf immer damit konfrontiert bin von dieser Trennung, da ist die Realität und da ist die Abbildung. Und zu sagen, wir machen immer Bilder, ob wir das sozusagen im Kopf machen oder durch Erzählungen oder durch Narrationen, eigentlich ist sozusagen die Welt da draußen ein großes Chaos und wir versuchen sozusagen Bilder davon zu machen, wie so einen Sternenhaufen, oder? Was ich auch dachte, oder wie ein Bildschirmschuh? Das ist ja auch gerne so Sternbilder. Ja, jetzt haben wir schon den Begriff der Konstellation gehört, der ist ja schon passt. Da kommt natürlich auch noch mal diese Frage nach den Resonanzen, die, wie wir hoffen, schon einige sind. Also das Dach ist das eine, das andere könnte sein durchaus auch im Grunde eine Art Aufbegehren der Figuren in diesen Videos, eine Art Acting Up, eine Art etwas, was sozusagen vielleicht auch durchaus in diesen ganz, ganz unterschiedlichen Milieus dieser Bilder, sei es sozusagen im lebenden, performativen Bereich bei Olaf, sei es sozusagen in diesem physisch-staubigen der Dachterrasse in dem improvisierten Studio in Kairo, sei es im fotografisch-dokumentarischen in Berlin und Hamburg und dann im Grunde eigentlich im filmisch-synthetisch-virtuellen bei Hito. Es wird aber immer auch um Akteure gehen. Du hast jetzt schon ein bisschen, also auch wirklich in medias res, also das Spannende hoffen wir auch wirklich in der Tat, was mit dem Perspektivwechsel angeklangen ist, dass es nicht nur ein Nebeneinander gibt, sondern auch ein Übereinander und das erlaubt uns dieser irrwitzig, hohe deutsche Pavillon, über den Markus Müller meint, es erinnert an ein Zirkuszelt und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Zirkuszelt entweder in eine Sternwarte oder in eine Fabrik oder wie auch immer, da wird es einiges zu sein geben, verwandeln werden. Vielleicht möchtest du gleich nochmal darauf antworten. Ja, also ich meine, was Hito gesagt hat, das ist vollkommen essentiell, also die Konstellation und was dazu kommt, was auch das Bild gezeigt hat, der Tänzer, also die Bewegung durch den Raum, weil wenn man den Pavillon besuchen wird, das ist ja das, was wir auch versuchen werden, dass es eine Choreografie gibt, wie man ihn besucht, wie man durch ihn hindurch geht und was man für Möglichkeiten hat, den Arbeiten zu begegnen, dass das nicht im Grunde genommen Abfolgen sind, die so zwangsläufig sind, sondern die eben verschiedene Begegnungen zulassen, dass es eine Choreografie natürlich gibt, aber der man auch entweichen kann, aber eben die Bewegung, die reale, konkrete Bewegung ist immer ein ganz wichtiges Moment, was in der Begegnung mit den Arbeiten da ist und der Pavillon ist, das glaube ich jetzt nicht vor, wenn ich das verspreche, sicher diesmal auch als begehbares Phänomen mehr als es bis jetzt jemals etwas gewesen ist, also das versuchen wir zumindest. Ob das von Erfolg gegründet ist, das haben Sie zu beurteilen, nicht wir, aber das ist ein Parcours auch irgendwo, der da angelegt wird mit Öffnungen, aber auch mit Schließungen, also auch mit Dingen, die sich verweigern, wahrgenommen zu werden, also eben auch der Teil des Bildes, den man nicht sieht, der am meisten arbeitet. Es ist auch durchaus der Moment, in dem ich in die Runde schaue und frage, wer denn im Grunde hier mal einhaken möchte. Also es ist herzlich eingeladen. Wir haben hier zwei Mikros, eines geben wir gerne Ihnen ab, wenn Sie möchten, ruhig nicht zurückschrecken. Ich wollte nur ganz kurz fragen, ob es möglich wäre, diese Sternbilder 3D in den ganzen Raum hineinzustellen. Wie meinen Sie das? Es gibt eine schöne Arbeit von Spencer Finch, der hat so mit Glühbirnen, die er verschieden hoch in den Raum gehangen hat, zu Sternbilder-Imitationen versucht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber ich glaube, das hatten wir jetzt nicht so vor. Vielleicht noch einmal die Frage nach diesem Blick nach oben und unten, diesem Perspektivwechsel. Es ist auch eine genuine Frage, die sich gerade beim Deutschen Pavillon stellt, aufgrund dieser extrem aufgeladenen Architektur. Also natürlich, das ist ein, was soll man dazu sagen? Ja, ich denke, es ist ungeheuer schwierig, diesen Pavillon im Hinblick auf den ganzen Hintergrund und die Geschichte irgendwie sinnvoll zu bespielen. Und ich kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, ob das gelingen wird, zumal es auch so starke Interventionen schon gab in diesem Pavillon, die diese Geschichte derartig nachdrücklich und einprägsam gefasst haben, dass man oder ich denke, keiner von uns auch nur versuchen würde, das auf dieselbe Weise noch einmal zu versuchen. Den Raum, vielleicht kann ich auf etwas zurückgreifen, was Philipp und Jasmina gesagt haben, nämlich die Frage, welche Bilder in welchen Räumen welche Art von Kraft entfalten. und es ging ja darum, dass das ein traditionelles Problem ist, sagen wir, journalistische Bilder oder Bilder der Realität in Kunsträumen auszustellen, weil die darin fast schon auf magische Weise an Ausstrahlung verlieren oder irgendeine Veränderung mit ihnen passiert. Jetzt ist es aber auch so, dass natürlich Kunsträume oder solche Orte an sich auch soziale Räume sind und momentan vielleicht noch viel mehr als sonst in der Geschichte, in einer Zeit, wo der Beruf des Künstlers, der Künstlerin eine Art Massenberuf geworden ist, eine Art neues Proletariat hervorbringt, von Leuten, die sich unglaublich auf Jahrzehnte hinaus verschulden, um die Ausbildung zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist der Kunstbetrieb auch Ausdruck dieser unglaublichen Klassengesellschaft, eine Art von Luxusspielwiese für die Superreichen. Eine Art von unglaublicher Hierarchisierung drückt sich darin momentan aus, von den Leuten, die auch aufgrund des Internets überhaupt nicht mehr bezahlt werden für ihre kreative Arbeit und denen ein Prozent reichen, die Kunst sozusagen zu ihrer Unterhaltung anschaffen. Und diese Art Hierarchisierung ist vielleicht etwas, was zumindest anklingt in der jetzigen Aufteilung dieses Raumes, die wir so vorhaben. Ich denke, dass es, also zumindest in meiner Arbeit, gibt es tatsächlich Anklänge an die Geschichte. Ob das bei den anderen, ist das wahrscheinlich eher nicht so. Ich habe auf alle Fälle, mir war es ein Anliegen, das auch noch zu thematisieren. Aber inwiefern der Pavillon mit der Geschichte als solcher umgeht, ich glaube, das wird sich erst im Nachhinein weisen. Vielleicht eher mit der Geschichte der Gegenwart. Die Gegenwart als eine Art von sich gerade entwickelnder Geschichte mit unglaublichen Umbrüchen, Verwerfungen und Neuordnungen zu begreifen. Vielleicht versucht der Pavillon eher in dem Sinn, auf Geschichte zu reagieren. Gibt es noch weitere? Ja, guten Abend. Ich muss ein bisschen weg von der Box. Ich fand das sehr schlüssig, einmal den Perspektivwechsel und dann aber auch diesen Parcours zu beschreiben. Denn ein Perspektivwechsel gelingt ja nur in der Bewegung. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere und deswegen finde ich das Konzept sehr schlüssig. Das wollte ich eigentlich nur kurz anmerken. Danke. Das wird uns auf dem Weg, dem gar nicht mehr so langen Weg bis Anfang Mai hoffentlich nachklingen. Ich kann gerne noch mal in diese Ausgangssituation zurückkehren. Vielleicht haben wir einfach für Sie noch mal dann als letztes Bild noch. Wir werden uns dann sehen, sehen, was Sie dann eingelöst finden in Venedig. Gibt es noch gern weitere Fragen? Ansonsten können wir schon mal die Daten durchgeben. Ab 7. Mai geöffnet bis Mitte November. Dann würde ich auch langsam, wir haben ja schon einen langen Tag hinter uns, wenn Sie noch, würde ich eigentlich für die Aufmerksamkeit danken und mich freuen, wenn viele von Ihnen den Pavillon sehen werden und dann werden wir sehen, wie wir diese Fragmente, Referenzen und Widersprüche und all das zusammenbringen und dann in ein Haus und dann danke ich und wünsche noch einen schönen Abend und bis bald. Und dann wollte ich noch mal ganz, ganz herzlich danken, weil wir haben wirklich einen ganz langen A-Tag schon hinter uns, beginnen mit der Pressekonferenz. Allen, die das heute möglich gemacht haben, Hendrik von Boxberg und Manuel Reinhardt und Tanja Mielewski und Elena Corallo war und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es im Grunde diese ganze Geschichte, das können Sie sich vorstellen, das ist eine unglaubliche Teamarbeit von ganz, ganz vielen und die von dem Kollektiv der Künstler beginnend hin über das ganze Team und dass Sie sozusagen dieses besondere Haus im Grunde dann, dass wir das öffnen können am 7. Mai. Gut, das würde ich noch sagen und jetzt einen schönen Abend wünschen. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.